Oh, das ist ja jetzt speeden und nicht mehr schleichen. Gopferdorin. Jetzt warten wir hier schön brav auf den Zug. Irgendwie spinnt meine Ausammlungskrise und zeigt euch eine Rechte. Weisst du was? Weisst du was? Geht doch aussterben, du Schiff. Einmal schiessen macht nichts, zweimal brennen sie, bei dreimal explodieren sie von alleine. Sonst einfach so setzen andere in Brand und dann kann es riesige Explosionen geben. Das ist ja rechtfertig. Tjoh, speed! Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass Speed ohne links Hilfsenergie verbraucht. Hilfsenergie ist für Taschenlampen, für Rennen, für Atmung, eigentlich für alles. Nein, ja, ich hab's... Ich bin eigentlich beabsichtig, dass er es aufgeschesst, aber... Nein, das ist schon der Nächste. Und Minimusa gespungen. Toll! Was ist los? Mäusli! Ab, ab, ab! Ab, ab, ab! Ab, ab, ab! Ab, ab! Ab, ab, ab... Ab, ab! Ab, ab! Bist du weiter GUARD! Facksvieh! Ja, wie ihr vielleicht bemerkt, durch diese Schutzenergie, weil, nehmen meine Schüsse halt an Kraft. Und warum ich jetzt so gerannt bin, weil sie hinter mir auch noch drei können. Warum? Hey! So. Hat er sie. Meine Mousse ist gerade grauhaft schlimm. Munition hat es in diesem Spiel immer genug. Fast immer. Fast immer. Fein, fein, fein. Im Dreckstümpel geht tauchen. Fast so wie ein Thief. Hä? Blutsch. Blutsch, blutsch. Ich bin der Tommy, der Delfin. Ich bin der Dorn und der Waschentrum. So. Ah, da ist Energie. Okay. Ah. Ah, was... Das sind die in so... Eines. Das sind die Blitzmonster eigentlich. Schau jetzt den Blitz, den er auf mich macht. Allerdings ist das ein anderer Blitz gewesen. Ja. 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 Ich weiss auch nicht, wie die auf die Seite der Menschen gekommen sind. Und ganz ehrlich. Ich frage mich, wie die Flüchtlinge vor mir da durchgekommen sind. Weil, schau mal. Da ist doch alles zu. Weisst du was ich meine? Ja gut, vielleicht ist das erst gerade runtergefallen. Das brennt ja noch. Das erste Mal bin ich so verschrocken. Ich habe wirklich gedacht, ich werde jetzt begraben unter dem Zug. Ich bin mir das voll gewöhnt gewesen vom Half-Life 1. So in die Scheisse geritten zu werden. Ja. Die gibt es natürlich auch noch. Allerdings nehmen sie mit 2 jetzt alles. Probieren sie mal aus. Und beginnen erst dann wieder an Fischen. Ja. Das hätte sie nicht gerne. Zack. Somit kann man die auch etwas ablenken. Im Eis haben sie das noch nicht gemacht. Oh, was ist da los? Oh, was ist da passiert? Oh, was ist da passiert? Hey! Hey! Oh! Uh! Oh, oh, au oh! Oh! Oh, 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 oh! Oh. Stürürt! Oh! Oh! Station 8, hast du da? Station 8, sind wir da? Wir haben die Berichte von Mannhacks. Wiederholen, sie füllen die Untergrund mit Mannhacks! Mannhacks, nein! Das sind so füße Teilers, wenn ich so sage. Nein, ich wollte doch runter! Ich wollte doch runter! Ah egal, schon zu spät. Icon, Close, Icon, Expose. So, jetzt warten wir noch schnell. Aaaaaah! Ja! Ja, so weit hinter von mir leider nicht. Aber jetzt dann gerade ein Fahrzeug sehe und ich... Ich denke, ich gehe mal weiter, ne? Hey! Wow, ja! Ich habe nicht gesehen, was ich meine. Tragene. Oh, meine Maus! Ich drehe noch durch! Hier, sehr wichtig, diesen Teilers. Es zeigt immer so etwas Supply-Zeugs ab. Ich bin zwar jetzt nicht wirklich dringend, es kann aber noch dringender werden. Ja, da sind sie schon wieder am Fischen, die grusigen... Ich habe mal gewusst, wie es heisst. Jetzt weiss ich es nicht mehr. Und sie machen hier jetzt... Übertäuer schaden. Sie brauchen ein wenig mehr Schüsse als ich weiss, aber sie machen Übertäuer schaden, aber man ist nicht sofort tot. ... Ah, halloi! Okay. Danke für den sozialen Dienst. Jetzt kommt wieder ein Ladedaten. Ich spüre sie, Murin. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh! Nein! Ich probiere jetzt! Scheisse! Ab, 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 ab! Ich hoffe, dass Ihnen die Luft reicht! Sehr schön! Ja, komm ein wenig zu mir! Hoi! Sorry! Ich muss ein Wasser! What now? Ey! Ey! Oh no! Zerstörung! Nein! Jetzt haben wir gerade den Lastwagen verkasst, weil meine Maus schon gespunen hat! Egal, nicht so wichtig! Der Lastwagen ist einfach runtergefallen! Das ist auch geil ausgesehen! Ja! Ich kann es natürlich nicht anscheissen, wenn es von runter weg sind! Ja! So glitschiger Schleim wieder! Bumm! So! So! Das ist eben sehr, sehr rutschig! Das heisst! Am besten gibt mir dann auch etwas zu fressen! Haha! So lange es nicht ich bin! Das ist genauso cool! So! Ich schiesse mal einmal drauf und hoffe, es wird gerade erwischt von einem! Da kann man nämlich nochmal drauf schiessen! Und das macht! Ähm! Alle zähren ihre Zünglein! Und sind kaputt! Sehr schön! Äh! Fast alle! Sehr schön! Sehr schön! Können wir denn gut vorraten? Nein! Wo sind wir denn schon wieder? Au! Au, das hat weh getan! Sofort laden! Ja! Gott, ich mache gar nicht! Nein! Ah! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Sorry, Geschwind! Aber ich stelle mir jetzt meine Maus echt mal ein wenig... noch unempfindlicher ein, weil... es geht ihm mal gar nicht, dass ich ihm so blöd im Zeug rumwussel. Oh! 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 Wie der Chuck Norris im Wasser! Er kommt mir raus und... Ah! Ah! Man hört übrigens im Hintergrund immer das Geräusch von denen... vom Sterben von denen! Ja! Ich verstecke mich auch immer hinter dem brennenden Fässer! Das ist sehr, sehr gut! was er gehört! Man hört so ein... Duuuuudi! Als ob der Funk gestört wird! Man hört es? Ja, wir müssen euch mal genau achten, wenn sonst keine Geräusche kommen! Ich höre es auf jeden Fall immer! So! Juhu! Das ist auch etwas ganz Neues gewesen, wo Half-Life 2 rausgekommen ist! Das hat man vorher nicht gekannt! Ich zumindest nicht! So Physik-Rätsel! So! Und zwar ist ganz klar, wenn man da Steine drauf legt! Uah! Ach! Es ist einfach dort... Es ist schon etwas mühsam, um das überhaupt zu machen! Dann geht das natürlich runter, wenn es das Gewicht drauf hat! Es ist schon recht ausbalanciert! Jetzt tun wir da noch mehr drauf! Weil ich sollte ja auch noch über den Rennen und dann über den Gumpen! Das heisst, es braucht noch mehr da drauf! Und da hat es noch einen! Was ist das für ein Helikopter? Der nervt mich gerade ein wenig! Irgendwo gehöre ich einen Helikopter! So! Und... Anderle! Hat es denn noch hier genommen? Stei? Nein! Doch! Wieso muss Physik in deinem Spiel so kommen?